Wir gehen mal hier rein. Scheiße, sieh. Ey, was ist denn jetzt? Wo mache ich bei denen so wenig damage? So, wir gehen mal hier her. So, wir sind jetzt gelandet. So, siehste, siehste, wir müssen einfach nur alles absuchen. Ich hab ja gesagt, wir müssen alles absuchen. Was sind die denn? Ah, hi, ha, hi, ha, ha. Ich renne einfach weg. Können wir das hier irgendwie... Verschieben? Nö. Können wir das irgendwie verschieben? Nö, das hier. Nö, das hier. Nö. Noob. Okay, das können wir verschieben. Ähm. Ah, okay. Können wir hier lang? Huh, der ist weg. Du kannst mich mal. Du kannst mich. Mist, ich. So, geh mal halt mal hier weiter. Was haben wir denn jetzt gelandet? Gottverdammt. Huh. Scheiße, diese... Schnell, ganz, 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 schnell. Kommt, da kommt wieder so ein komisches, so ein komischer Kutterköder. Ja. Ohne Kopf, da denkst du... Oha. Oh, ich vergesse immer wieder, dass uns diese Möbel auch angreifen. So, wir dann hier gelandet. Huh, da ist noch einer. Ja. Ja. Ach, Mann, ich... Hier ist ein wirklich... Was ist denn jetzt? Was habe ich jetzt getroffen? Hier ist uns wirklich alles... Alles feindlich gesündet. Sogar die Tische. Das ist ja fies. Huh. Oh. Okay, ich... Komm hier rein. Kann man. Ja, ja, ja. Morgen, Gans. Hey, Moment, ich kenne dich doch. Lass uns reden. Heidi. Ich traf dich in der Kneipe. Die vielen Bücher. Der Mann scheint Schriftsteller gewesen zu sein. Hier ist eins, das von Nurans Untergang gerichtet. Laut Buch sind die Dämonen in die Stadt eingefallen. Aha. Ark schlägt ein Buch auf. Es ist ein Tagebuch. Heute erschien ein seltsamer Fremder. Ein Prediger. Als wir ihm von den Dämonen erzählten, ich höre für ein Schutzsiegel. Das Siegel beschützt uns vor dem Bösen. Aha. Geht das hier bei allen? Kann man die Bücher lesen? Das ist ja cool. Ark schlägt ein Buch auf. Es ist die Chronik der Stadt. Aufgrund des Klimas gab es in Luran nie viel Landwirtschaft. Die Stadt liebt hauptsächlich, von denen Edelstand vorkommen. Luran wurde eine prächtige Stadt, mit keiner anderen vergleichbar. Doch in den vergangenen Jahren war uns das Glück nicht mehr hold. Angrenzende Flüsse trockneten aus. Und die Höhle öffnete ihre Pfoten. Hier enden die Eintragungen. Huiui. Hier. Kann man hier zufällig mal kurz in die... Geil. Sehr schön. Ah. Mogans. Was willst du jetzt mal... Wisst du, was wir jetzt machen? Wir saufen die Gegenposition. So. Na, auch noch da. Kann ich auch mal kurz hier reinschauen mit. Nein, hier geht's nicht. Ich traf dich in der Kneipe. Die finden wir schon... Ja, das wissen wir ja schon. So, haben wir sonst noch irgendwas? Okay, wir haben jetzt etwas über die Stadt erfahren. War auch ganz interessant. Kann man nicht schweigern. Okay, aber mehr können wir glaube ich nicht tun. Aber wir haben wieder volle Lebensenergie. Das freut mich doch ungemein. Na. Ach Mensch. Warum brauchst du uns trotzdem? Das ist doch... Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb, stirb. Stirb. Ich hab den Tisch wieder übersehen. Hups. Der Platz wird euch da kopf. Was? Nee. Na, Alter. Blöde Kuh. Gut. Ups. Was haben wir noch? Wir haben noch... Ups. Scheiße. Huh, doch ne Scheiße. Hier ist ne Truhe. Hier ist ne Truhe. Die will ich haben. Ark erhält Sakral-Siegel. Können wir das ausrüsten? Können wir das ausrüsten? Klotzen gleich mal. Sakral-Siegel. Möchtest du das auswählen? Ja. Ausgerüstet. Halt. Sehr schön. Keine Ahnung was das gut ist, aber auf alle Fälle haben wir. Oh, mein Tüchter ist nicht böse gesund. Okay, da ist... Ah! Ein Gastwurz-Siegel. Was? Welchen Frieden. Ah, 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 ah. Okay, äh. Oh. Kann ich sogar nichts anhaben. Das ist gut. Huh. Huh. Nein. Oh, fuck it. Fuck it. Ich vergesse immer, dass uns die Tücher hier angreifen. Dass uns alle so, so böse gesund sind. Huh. Kürzt mich das an? Ja, ja, komm. Geh mal sterben, du Viech. Wieso denn gleich den Kopf verlieren? Und dort ist eigentlich die Zombies nix. Das ist nicht doof. Okay, wir haben ein Siegel. Ein Buch mit sieben Siegeln. Komm doch, komm doch. Ich habe meine blöde große Fresse. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. So, und nun? Ich habe keine Ahnung. Aber ich war ja mal fies. Ich habe immer ein paar Notizen gemacht, damit wir jetzt stundenlang hier sind und los rumrennen. Okay, ich habe mir genau Notizen bis hierher gemacht. Okay, ja. Manchmal bin ich süß. Ja, versprühe doch dein blödes Gift. Bäh. Au. Ach, Mann, no matter. Da waren wir hier schon drin, nö, ne? Ach, oh ja, hier waren wir drin. Okay. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, Mann. Das ist schon ein bisschen Sackgang des Öfteren, dass er nicht so reagiert, wie er soll. Aber es kann auch an meinem Controller liegen. Ja, ich denke mal, dass morgen mein Xbox-Controller kommt. Hoffe ich zumindest. Dann sieht die Sache doch schon wieder anders aus. Müssen wir drin vielleicht noch irgendwas machen? Stopp. So, jetzt pass ich mir besser auf die blüten Tische auf. Oh, ich moll hier. Ist denn das die Möschlichkeit? Nein, ist es nicht. Ja, und die nennt es nichts. Finde ich doof. Das ist unfair. Das ist bös. Das ist fies. Aber darauf sind wir ja recht safe. Das ist schon mal viel wert. Muss ich irgendwie irgendwas machen? Nein, können wir nicht. Hups, nein. Das war jetzt aber nicht der Zweck meiner ganzen... Vorstellung, die ich jetzt hier zeigen wollte. Na ja. Na komm, schieb mal weg. Okay. Das ist ja egal hier. Das sieht ja nichts. Huh. Ah. Sie sind eigentlich schon nicht herunterklettern. Mist. Okay. Nie. Nie. Okay, die Gastronomie können ja nichts tun. Ja. Huh. Geil. Kann ich die kaputt machen? Kann ich die kaputt machen? Nee. Oh, nee. Tut uns ja nichts. Das ist schon mal viel, viel wert. Aua. Das ist aber auch ein altes, freches... Alte, freche Tische hier. Das ist doch fies. Blüten. Tische. Bruniere ich gleich wieder deinen Kopf, Baby. Nee. Platsch. Du, dein Kopf wird explodieren. So. Nee, sind wir wieder hier. Na komm, gehen wir noch mal schlafen. Haben wir jetzt wieder volle Lebensenergie und wir haben das Siegel. Das ist doch schon mal viel wert. So, ich hätte vielleicht doch mal weiterlesen sollen. Nein, ist schon gut so. Wir wollen ja auch ein bisschen blind spielen. Wir machen natürlich wieder... ...Safe-Game-Buschen. So. Okay. Das hat das eigentlich für eine Bedeutung, dass man durch die Dinger durchklettern kann. Weiß niemand, ne? Weiß niemand nicht. Ist ja auch nicht. Warte mal. Hier war kein Ausgang mehr, oder? Das ist aber was ganz Geheimes. Super Geheimes, Super-Secret. Nee, sieht nicht so aus. Na dann. Okay, das ist alles schon ein bisschen zeitaufwendig. Uah. Okay. Erschuldet, dass die keinen Schaden nehmen von den Tischen und Stühlen, die hier auf uns rüberprasseln. Das war jetzt ja voll niedlich. Upsa. Na gut, dann gehen wir halt mal wieder raus. Und gucken mal. Ach, Mensch. Gegner sind so scheiße. Und das ist einfach, dass die Steuerung so unpräzise. Nee, es liegt an den Gegnern. Wir sind ja voll lieb groß. Also. Klar. Ja. Klar. Na freilich. Dann. Hä? Muss ich jetzt so verarschen? Durch die Wand? Durch die Wand? Okay, also das sind ja Stellen. Die sind mehr als unfair. Muss ich so mal zugeben. Dass sie auch durch Wände schlocken können. Oh, f*** dich. Aber wir haben ja gespeichert, das ist ja egal. So, gut. Gehen wir mal wieder zurück. Zack, zack. Zack, zack. Und ich denke jetzt mal, dass wir jetzt hier irgendwo hin müssen. Oh, das können wir ja kaputt machen. Das ist ja egal. Da kommen ja bloß die Geister raus. Und die Geister können uns ja zum Glück nicht anhören. Hm, vielleicht ist hier irgendwo was. Vielleicht können wir irgendwo hier was übersehen. Ich glaube, die Geister können uns jetzt antun. Zwecks den Spiegel, äh, den Spiegel, den Siegel, was wir gehaben, denke ich. Hoffe ich. Weiß nicht. Ach, ich hasse diese korrekte Dinger. Ich bin Jackie Chan. Hm, komm ich schnell dran. Wenn ich jetzt zur Hand gehe, dann wisst ihr hier, was passiert. Ich muss die nochmal hauen und dazu habe ich keine Lust. Okay, wo sind wir denn jetzt? So. Gehen wir mal hier. Okay, bringt nichts. Aber wohin nun? Ich brauche das Huhn. Hm. Nicht doch einmal durch die Wand. Mist, wie ich. Das war meine Rache. Naja, versprühte doch deinen Dunst. Uah. Das sind so viele, das ist unfair. Das sind so viele und ich bin allein. Warum habe ich keine 20.000 Gefährten, die mir helfen? Ja. Das war doch voll cool gelöst, oder? Ah, ich weiß. Selbst sei der Neide ist aber keine Bonik. Irgendwann wird er auch noch so gut wie ich. Irgendwann mal. Wenn er lang genug übt. Nee, ich meine große Schnauze. Ich spiele eigentlich voll scheiße. Ja, ja, keine Rolle. Und ich bin mir, ich spiele eigentlich immer bloß am Meckern. Hä? Was willst du? Hasse sie. Ich mag sie nicht. Diese kleinen Jackie Chan. Den seine Filme mag ich, aber die hier mag ich nicht. Hm. Manche Urin durchkrabbeln? Ja, komm auch. Sehr schön. Okay, gebraucht hat sie nichts. Hm. Gut, dann kommen sie bloß wieder raus. Hä? Wo müssen wir jetzt hin? Wo müssen wir... Muaah. Schreibst du es? Da. Mahahahaha. Okay, haben wir es gebracht. Dann gehen wir halt mal runter und gehen halt auch mal hier rüber. Also langsam habe ich keine Ahnung mehr, wo wir hingehen sollten. Hm. Ich weiß es eigentlich nicht. Hallo? Was? Ist dir bloß der Schädel explodiert? Was? Was? Scheiß Zombies. Scheiß Zombies. Du älter Rassist. Du bist ein Rassist. Du bist ein Zombie-Rassist. Du magst keine Zombies. Bloß weil sie unter uns sind, können sie nichts dafür, dass sie doof sind. Ja, dann bin ich ein Zombie-Rassist. Mit Leib und Seele. Uuh. Das ist scheiße. Das kann man nicht abwehren. Jetzt hat er wieder nicht reagiert, wie ihr gesehen habt. Komm doch. Saubozi. So, was denn hier? Oder was war denn hier? Hier war... War hier irgendwas? Was? Ich weiß es nicht mehr. So. Na? Nee, Gedame. Können wir vielleicht irgendwas verschieben? Nee. Nein. Ach ja. Lavi-Runde sind schon was Knuffisches. Knuffi, Knuffi, Knuff, Knuff, Knuff. Ja, hier waren wir doch schon, oder? War mir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir doch schon. Hier gab es, glaube ich, den Sperr, wenn es mich nicht durcht. War das hier der Sperr? Ja, ich glaube, ne? Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wo müssen wir hin? Wir suchen die nächsten 20.000 Folgen. Das ist geil, dass man da nichts machen kann. Die nächsten 20.000 Folgen. Gebt euch mal Gold, das scheiß Viech. Ah ja, versprüht doch dein blödes Gift. Du kannst mich mal am Kuraz lecken. Mist. Sollte ich eigentlich Anlauf nehmen und dieses hier tun. Und ihn voll beim Vorbeigehen köpfen. Was auch geklappt hat. Oh, der Level ab. Level 20 erreicht. Okay, wir leveln wenigstens. Ein, was gutes hat's. Starke steigt um zwei. Abwehr steigt um zwei. Und Glück steigt um drei. So. Gut, ein, was gutes hat's, dass wir jetzt leveln ohne Ende. Aber wie kommen wir denn überhaupt hier ran? Das frage ich mich die ganze Zeit. Au. Okay, wir können's verschieben. So, machen wir das hier rüber. Das schieben wir jetzt mal runter. Und kann aber den hier voll aufs Maul. Das schieben wir mal hoch. Scheiße, an ihn kommen wir nicht ran. Mist. Aber hier kommen wir. Nein, kommen wir auch nicht. Ich bin zu traurig. Und davon habe ich schon reichlich. Von was? Ausschlag oder was? Das hat er dann schon reichlich. Und das kann's nicht sein. Dann die hier. Ja, dann möchte ich da mal von eins nehmen. Ich tue mich noch mal 20 Punkte her. Hm. Ich tue mich noch nicht, dass ich da rein schiebe. Mann. Aber da bin ich mir voll verknödelt hier. Oh, was denn hier? Guck mal, hier geht's auch weiter. Ich hab' ich gar nicht gesehen. Wieso nicht? Nicht blöd. Geeks. Hm. Na gut. Guck mal. No. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020